Herzlich Willkommen zum siebten Vlog aus Serbien. Noch in Serbien. Heute geht es nämlich weiter nach Griechenland. Hier seht ihr das Auto, womit gefahren wird und gleich noch die Koffer, die eingepackt sind. Heute nichts Großes, weil, wie gesagt, heute abfahrt, da haben wir nicht mehr viel gemacht. Wir haben auch Koffer ausgeruht und vorbereitet. Ja, dann sehen wir uns morgen aus Griechenland wieder. Freu ich mich auf euch und ja, bis zum nächsten Mal, euer Boba von Ex-Filie und Ex-Minute-Blix. Tschü, tschü. Jetzt rechts. Bitte rechts abbiegen.